hallo freunde ich begrüße euch zu einer folge wo w und wenn euch gefällt was ihr seht drückt bei youtube abonnieren bei twitch folgen und wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt folgt den hinweisen unter dem video oder in der beschreibung bei twitch und jetzt lasst uns anfangen so willkommen zurück zu einer neuen folge wir stehen jetzt bei den gastwirt aus der questreihe seid ihr gast mit dem wir reden sollen machen den gast das gasthaus zu unserem heimat und das machen wir jetzt auf jeden fall weil der punkt ist ja gleich in der nähe damit kann ja nichts passieren und wir kommen dann überall hin so und dann haben wir noch offen den schmied besuchen der auch hier irgendwo rumgorken und du hunde hunde ist es kein schmied ich was verpasst muss ich da hoch war noch mal den weg hoch ok irgendwo wird der schmied schon sein machen gezielt und ist der schmied hier drüben irgendwo nein dann ist bestimmt drin gehen wir mal rein wenn wir es dürfen willkommen auf dem anwesen bitte bedient euch gebt bescheid wenn ich irgendwie behäglich sein kann natürlich das sind die art liegen da ist das büffi oh guck an musik ich kann nicht tanzen so wo finden wir jetzt den schmied hier drinnen lady elna norwesen ok das wird dann wahrscheinlich könnte vielleicht hier gibt es büffi und was zu essen mir geht es nach oben hier ist zu wo ist der schmied in die tür gewandt jetzt nicht gedacht den würde ich hier oben filmen scheinbar nicht wo ist der schön zu finden die wachen können nicht reden gut der schmied soll genau hier unten sein hier unten nicht drauf geht jetzt hier runter und ich gehe mal noch mal hoch ach da hinter den hunden hätte ich da mal rumlaufen müssen naja wenn ich genau hingucken du hast tüdelkram das ist aber schön ausrüstung reparieren hat man schon gemacht und hypersensibler aceritometer sensor ach ja dann können wir also acerit suchen gut dafür brauchen wir 4500 gold und da sind wir noch eine ecke von entfernt altzeit gute reise natürlich so damit haben wir den teil erledigt alles bescheuert wir hätten nur bei ihm durchgehen müssen na gut so dann hüpfen wir mal runter zum baron baron war es glaube ich nicht aber zumindest zu unserem adliegen der uns eingeladen hatte und schauen mal was er uns noch so zu erzählen hat ja so mit dem baum im weg ist das doof auch mal sowas besser willkommen zum reit- und jahrfest der norvinsens ihr seid ihr gast und das haben wir gemacht und wir bekommen 10 gold wunderbar so sicher wisst ihr bereits wie man reitet aber ihr wisst bestimmt nicht wie man in kultiras reitet wir werden euch für das fest ein pferd ausleihen nehmt eines von einem unserer lehrmeister bötcher mit ihm haben seinerzeit viele anfänger trainiert sitzt auf geht in den ring und zeigt uns was ihr könnt ihr lernt bestimmt sehr schnell sitzt auf bötcher auf und übt euch in der reiterei in kultiras 10 gold danke danke bötcher hatten doch vorhin schon mal probieren lassen so kampfgeschenk ist eine wichtige voraussetzung für reiter von kultiras zeigt mir an den knollzielen wie ihr mit der harpone umgeht kopfgeschenk ist die zwei ok dann machen wir das mal hallo ist jetzt oder die raubeine haben euch schon ihr lieblingswerkzeug gezeigt die bodas trainiert das werfen beim reiten indem ihr die zeppeliner abschießt sie sind eher selten aber geben viele punkte die 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 entstand kann. Je mehr ihr springt, desto höher fällt am Ende eure Gesamtwertung aus. Ja, aber das Tier springt nicht. Hä? Ah ja, okay. Ich muss das also mit einem gewissen Abstand machen, sonst funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Hä? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, stimmt irgendwas nicht. Ihr seid ein Naturtalent! Also das Springen hat nicht funktioniert. Und trotzdem sind wir Naturtalent und haben wohl den Quest geschafft. Aber das ist mir etwas hoch. Aber gut. So, dann lass uns mal reden hier. Esst! Trinkt! Amüsiert euch! Machen wir Reiten für Anfänger. Gut gemacht, WunderTV. Ich glaube, ihr seid bereit für die nächste Stufe. Ihr und Batscher gebt ein tolles Team ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn jederzeit auf dem Anwesen reiten. Okay. Wir bekommen neue Quests. Zeigt, was in euch steckt. Scheint, als würdet ihr die Grundlagen begreifen. Jetzt ist es an der Zeit, alles zu verbinden. Begebt euch zum Ring. Sobald ihr den Startschuss wahrnehmt, bleiben euch eine Minute und möglichst viele Punkte zusammen. Knolle sind einen Punkt wert. Durchbohrt sie mit der Harpune. Falls ihr einen Papierzeppelin seht und mit Bolas einwickelt, schaltet ihr dafür 50 Punkte frei. Sprünge über Zäune zählen als Stil. Bei gutem Stil erhaltet ihr mehr Punkte, während ihr euch um Knolle und Zeppeline kümmert. Das ist wahnsinnig wichtig. Also vergesst nicht, über die Zäune zu springen. Steigt auf Böttcher auf, um mit eurer Show zu beginnen und erzielt mindestens 150 Punkte. Gold und Pferdebringdienst. Eure Art gefällt mir, mein Lieber. Also, die restlichen Partygäste können jederzeit eintreffen. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, mein Lieblingspferd von meinem Anwesen auf dem Hügel zu holen? Stellt euch nur vor, welchen ersten Eindruck eure Gäste von euch bekommen, wenn ihr auf dem edelsten Pferd in ganz Tiragat angeritten kommt. Holt Lord Norwins Lieblingspferd rosa von seinem Anwesen auf dem Hügel. Ich wünsche euch prächtige Unterhaltung. Dann machen wir das dann mal als erstes. Dann machen wir mal rosa von dem Anwesen. Da wir hier gerade auf dem Pferd sitzen, sollte das problemlos klappen. Da ist er schon. Na dann, warte mal um. Und zack, um. Das ist, glaube ich, gerade nicht gut. So, jetzt habe ich zwar das Pferd. Ich kann nix machen. Also, wo ist der Ort? Ich kann aber nichts tun. Wo ist er zum Ort bringen? Ich muss den Ort finden. Wo ist der abgeblieben? So, wie das aussieht, ist der oben, oder? Dann ist er. Ein Champion, wenn man ihn braucht. Wir werden von den Trox angegriffen. Ach, ich habe ihn schon mitbekommen. Die sind dabei. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ich kämpfe hier und die anderen machen nischt. Auch schön. Und jetzt tun wir uns. Das wäre gut. Ich habe keine. Gut. So, dann schauen wir mal. Willkommen zum Reit- und Jagdfest der Norbinsens. Ja. Unglaublich, dass ich das jetzt sage, monotepro. Aber die Trox überfallen das Anwesen. Mhm. Wir bekommen neue Quests. Nichts geht über eine Trox-Party. Trox auf meiner Party. Mein Großvater drängte sie vor vielen Jahren zurück in die Kluft, um dieses Anwesen zu bauen. Und jetzt greifen sie nach all diesen Jahren mit solcher Stärke an. Das ist genau das, was wir brauchen, um das diesjährige Fest unvergesslich zu machen. Lasst uns euren Heldenmut mit eigenen Augen sehen, Nummer TV. Reitet mit Bötscher los und erledigt die Trox. Schleift sie hinter euch her, durchbohrt sie mit eurer Bühne ganz, wie es euch beliebt. Und dann tötet 20 von den Trox auf dem Anwesen. Und dann gibt's hier schöne Belohnung. Okay. Für uns wird das aufregendste Fest seit Jahren. Schwingt euch auf Böttcher und gebt den Trox Sauris. Ihr werdet sehen, wie hilfreich er im Kampf ist. So machen wir's. Die Bewohner von Kultiras werden nicht kampflos aufgeben. Nehmt dieses Horn. Wir nutzen es, um uns in den Bergen gegenseitig vor Gefahren zu warnen. Und in Kämpfen den Angriffsbefehl zu geben. Ruft damit unsere Verbündeten im Kampf gegen die Trox zusammen. Ruft mit dem Horn der Berge acht Bewohner von Kultiras zusammen. Ja, das hat auch schon mal geklappt. Das war jetzt einfach. Aber nicht die gleichen nochmal, oder? Na, ich war grad da. Halt vier ist doch ein. So. Das ist noch nix. Jetzt. Upsa. Das ist alles ein bisschen doof hier. Kann mir nicht helfen. So, den hat man schon. Was haben wir hier noch? Guck, das haben wir schon mal hinbekommen. Ah, und so geht's schleifen. Auch schön. Auf die Plätze. Fertig. Los. 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 Jetzt soll ich das hier auch gleich mal mitmachen. Ja, was für ein Spaß. Und die Zeppelin, die sieht man jetzt hier nicht, weil der Quest nämlich gar nicht funktioniert. Okay, dann haben wir hier oben noch welche. So, das haben wir geschafft. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Okay. 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 Ah, also so springen. Jetzt habe ich es kapiert. Dann ist das doch eine Nummer einfacher. Ich hab nur das Springen vergessen. Ich hab nur das Springen vergessen. Das ist gar nicht so einfach. Nö, das will ich jetzt nicht. Gut, dann gehen wir jetzt trotzdem den Quest erstmal ab. Vielleicht kommen wir dann hier mit dem. Der Geschichte ein Stück weiter. So, okay. Das ist ehrlich, die Quest abgeht. Eine großartige Schau. Ich habe es vor Spannung kaum ausgehalten. So, was gibt es? Einen Streitkolben einhängig? Braucht man nicht. Den Plattmacher-Streitkolben zweihändig. Tempo-Vielseitigkeit. Der ist geringer als der, den wir haben. Bringt uns also nichts. Eine Stärke mehr, eine Ausdauer mehr. Aber, na gut. Und eine Axt. Wir nehmen die Axt. Bitte kommt wieder mit neuen Geschichten von euren Abenteuern. Machen wir. Und unsere Leute verteilen uns anwesend mit frischem Mut. Okay. 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 Zensersport eben. Ihr habt es wieder mal geschafft. Gute Arbeit. Gut. Die sind wir los. Es gibt Feuerwerk. Ihr habt nicht nur meinen Sohn gerettet, sondern mein ganzes Fest. Davon wird man noch in Jahren sprechen. Bitte genießt das Fest. Reitet, esst, trinkt und trinkt. Ihr seid mein Ehrengast. Das ist fein. Jetzt muss ich nur noch diese komische Reitquest schaffen. Die ist schwierig, finde ich. Das ist wichtig, dass ich nicht mehr so auswesend bin. Ich sehe keinen Zeppelin. Ist ja auch nicht mehr nötig, wir haben es nicht geschafft. Ei, 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 ei. Okay. Amüsiert euch. Zeigt, was in euch steckt. Was für eine Darbietung. Wir bekommen 10 Gold als Belohnung. Ich wünsche euch prächtige Unterhaltung. Was ist das? Zählt die Punkte in meinen Durchgang? Fühlt euch wie zuhause. Mein Anwesen ist euer Anwesen. Prächtig! Ich hoffe, ihr seid bereit zu sterben. Meisterleistung. Jetzt, da die Trox beseitigt wurden, können wir mit der echten Show beginnen. Ihr habt euch wahrscheinlich als fähiger Reiter bewiesen. Seid ihr bereit, einfach alles zu geben? Schaut doch mal, ob ihr 300 Punkte erreichen könnt. Steigt auf Böttcher auf, um mit eurer Show zu beginnen. Er zählt mindestens 300 Punkte. Dann bekommt man Böttchers Hufreisen. Wird beim Aufheben gewonnen. Ist ein Schmuck. Gibt dann Stärke, Intelligenz und Beweglichkeit. Ich nehme die Sache an, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich weiß gar nicht wie. Hilfe. Gut. Wie wir das schaffen, werden wir sehen. Und ob wir das schaffen, das schauen wir uns in einer nächsten Folge an. Bis dahin. Macht's gut. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.